Dieses Bild von Boris Beckers Sohn Elias sorgte auf Instagram für einen kleinen Familienswist. Ich weiß nicht, was ich von diesem Foto halten soll. Zieh dir ein T-Shirt an, Sohn, weiß die Tennislegende den Sohnemann zurecht. Gestern postete Elias dann dieses Bild. Vater und Sohn wieder vereint in London. Vergeben und vergessen also. Skirennfahrer Felix Neureuther sammelt mit diesem Foto keine Pluspunkte bei seinen Fans. Handy am Steuer und das, obwohl er erst vor einem Monat einen Autounfall auf dem Weg nach Sochi hatte. Mach keine Faxen am Steuer, wird er sofort von einem Fan ermahnt. Jimmy Blue Ochsenknecht überraschte seine Mutter Natascha heute mit der sogenannten Dickmann-Falle. Was war das? Was war das? Ihhh, was ist das? Ihhh! Ihhh, der ist alt! Huch, was ist denn da passiert? Schauspieler Robert Stadelober grün und blau im Gesicht. Aua, am Tatort Dortmund postet er dazu. Also zum Glück alles nur Make-up. Und Rocco Stark gönnt sich heute mal so richtig was und macht seine Facebook-Fans mit diesem Foto eines Porsche 911 neidisch. Der Papi bekommt ein neues Auto. Na dann, allzeit gute Fahrt. Und damit bis zum nächsten Update. K B B B B A B B B B B B Vielen Dank.